hallo willkommen zurück ich muss erst mal speichern zu dungeonkeeper ich versuche das beste aus der situation zu machen aber es ist nicht so leicht ich weiß auch schon wo ist wahrscheinlich hier hinten beim beim entrance denke ich mal hier irgendwo audience ja super den habe ich gebraucht heilung wäre super naja habe ich vermutet dass es hier ist hatte ich die tür schon installiert leider schade könnte die tür gerade woanders gebrauchen noch so fertig ist alles trolle 8 trolle alter ich glaube ich habe genau hey so allmählich kriege ich ja tatsächlich noch eine armee zusammen hoffe ich mal wo sind die denn habt ihr gesoffen Was? Wo kommt der denn hier? Was macht der hier? Hä? Wo kommt denn der überhaupt her? Und was war das? Ist der jetzt weg? Ich weiß nicht mal, wo der hergekommen ist. Ach da! We have a leg! Ach so scheiße, ich hab keine Chance, Alter. Der eine ist Stufe 8. Und ich hab keinen Heilungszauber. Äh, geh weg! Die wollte ich nicht. Ich versuchte jetzt irgendwie am Leben zu erhalten, dass sie den Stufe 8 töten können. Ich versuchte jetzt nicht mehr, dass sie den Stufe 8 töten können. Ich versuchte jetzt nicht mehr, dass sie den Stufe 8 töten können. Wie Uno zu tun hat, ich will. Wie. Ähm... Wie? Hatte ich ganz vergessen? Wo denn? Weil sie schlafen, das ist schon mal ganz gut. Jetzt brauche ich mal eine Tür. Die würde ich gerne dort platzieren. Kannst vergessen. Die hätten auch schon Stufe 5 sein können oder so, aber nö. Das wäre zu viel erwartet gewesen. Was mache ich hier jetzt gegen diese blöden Viecher? Mein Magier ist ja noch am forschen, ja. Ich gebe euch mal ganz gut. Du bist ja schon so großartig. Du bist ich mit Dynamische Schlecken. Du bist von der Jetzt. Du bist von der Jetzt. Du bist von der Jetzt. mal nicht sichern wir laden mal weil ich weiß nicht was er bringen soll wer hat mein magier getötet irgendwas verpasst ich glaube ich habe das falsche save game ja das sieht schon besser aus ich brauche eine tür ich brauche eine tür hat auf die typen zu meinem reich zu bringen ich habe mir jetzt alle zwei lasse ich hier ansonsten warte ich bis die tür fertig ist ich hoffe mal dass das was bringt so gleichzeitig werde ich mal schauen mein magier ist wieder auf fressenstour oh ich habe einen von den typen rausgerissen was das oh ja das ist gut tür man nehme tür 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 da tür man nehme tür setzte tür da ein ähm wo wer was ist denn mit dem los so 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 anscheinend ist ja erstmal sicher ich ich weiß gar nicht schlagen jetzt einen auf die tür ein oder nicht ich weiß gar nicht schlagen jetzt einen auf die tür ein oder nicht so 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 noch eine falle was wo ach so kam aus dem tor deswegen gut das erklärt einiges auch aber glaube ich sowieso mehr mehr raum für meine monster gut was ich dringend bräuchte wäre halt heilung heilung ist echt nicht leicht so gut ich aus wirst es brauchen trainiert wird er nicht ähnlich wirklich ähm das wird ein spaß super wo genau äh ja super jetzt hauen sie aufs tor ein das hier fällt mir ja ja nicht ich hab das gefühl sie sind durchs tor durchgebrochen Ja, die sind durchs Torge durchgebrochen. Das ist Payday oder was? Gammeln irgendwo rum? So. 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 So.